Allgemeines Die Deutsche Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie wurde 1894 in Kassel als Deutsche Elektrochemische Gesellschaft gegründet. Gründungsmitglieder waren Jakobus Henrikus van Tehoff Wilhelm Ostwald und Walter Nernst. Die Gesellschaft wurde 1902 zu Ehren von Robert Bunsen umbenannt in Deutsche Bunsengesellschaft für Angewandte Physikalische Chemie. Seit 1936 führt sie den heutigen Namen. Der Sitz der Bunsengesellschaft befindet sich in der Warentrappstraße in Frankfurt am Main, benannt nach dem Chemiker Franz Warentrapp. Das Archiv befindet sich im Gebäude des Liebig Museums in Gießen. Jährlich findet seit 1894 an wechselnden Orten in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland die Bunsentagung mit etwa 700 Teilnehmern statt. Bunsendenkmünze Die Gesellschaft zeichnet Wissenschaftler mit der Bunsendenkmünze aus die 1907 von Henry Theodor von Börtinger gestiftet wurde. Preisträger sind 1908 Friedrich Wilhelm Kohlrausch, 1911, Ignaz Struf, 1914, Walter Nernst, 1918, Karl Bosch, Karl Duisbeck, Fritz Haber, 1921, Gustav Tammann, 1927, Benno Strauss, 1929, Mikudem Karo Alwin Mittasch, 1936, Max Bodenstein, Gustav Pistor. 1940 Rudolf Schenk, 1944, Arnold Eucken, 1948, Georg Grube, 1950, Max Wollmer, 1951, Hans von Wartenberg, 1953, Matthias Pier, 1955, Karl Friedrich Bonhoeffer, 1958, Paul Günther, 1961, Karl Wagner, 1965, Reinhard Mecke, 1967, Wilhelm Joost, 1970, Ernst Ulrich Frank, 1972, Theodor Förster, 1976, Heinz Gerischer, 1977, Klaus Schäfer, 1979, Erika Kremer, 1981, Ewald Wicke, 1983, Herbert Zimmermann, 1986, Konrad Georg Weil, 1988, Hermann Schmalzried, 1990, Horst Sagmann, 1992, Gerhard TRTL, 1994, Hans Kuhn, 1996, Gerd Wittler, 1997, Walter Jenicke, 2000, Reinhard Allrichs, 2003, Jürgen Wolfum, 2007, Michael Buback, 2013, Horst Stegemeier, 2015, Hans Joachim Freund, Nernsthaber Bodensteinpreis. Der Nernsthaber Bodensteinpreis wird zur Anerkennung hervorragender wissenschaftlicher Leistungen in der physikalischen Chemie im Gedächtnis an Max, Bodenstein, Fritzhaber und Walter Nernst von der Deutschen Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie an jüngere Wissenschaftler bis zu etwa 40 Jahren, verliehen. Wandhoff-Preis Der Wandhoff-Preis wird seit 2009 in jedem dritten Jahr an herausragende aktive Forscher in der physikalischen Chemie verliehen. Der Preis wurde 2008 vom Nobelpreisträger Gerhard TRTL zu Ehren des ersten Nobelpreisträgers in Chemie Jakobus Henrikus van Tehoff gestiftet. Er besteht aus einer Silbermedaille, einer Urkunde und einem Preisgeld von 20.000 Euro. Preisträger sind 2009, Manfred M. Kappes, 2012, Gerardus Johannes Maria Meier, Fräterik Merkt. Er geht um 200 Euro. Vielen Dank.